Die Stadt Lünen präsentiert die neue Radstation. Was ist eine Radstation? Radstationen sind Serviceeinrichtungen für Radfahrerinnen und Radfahrer. Sie bieten außer bewachtem Parken auch Reparaturen, Serviceinformationen, Fahrradverleih und mehr. In NRW gibt es einige davon. In Lünen zwei. Vor 25 Jahren entstand hier am Hauptbahnhof die erste Radstation in NRW. Schon früh hatte man erkannt, welchen Stellenwert Radstationen haben. Die Station blieb ein Erfolgsmodell. Im Laufe der Zeit wurden die Leistungen erweitert und verbessert. Aus Langzeitarbeitslosen wurden qualifizierte Fachkräfte mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Die Stellplätze wurden an Dauer- und Tagesparker vermietet. Die Werkstatt längst zu klein. Zeit zu handeln, fand die Stadt und entschied. In 2018 wird die Radstation am Hauptbahnhof modernisiert und erweitert. Heute bietet die Radstation neben umfassenden Informationen rund ums Rad Bewachung mit dem Chip auch rund um die Uhr geöffnet. Verleih verschiedener Modelle. Reparatur, Reinigung und Kodierung aller Räder. Optimale Anbindung an ÖPNV, Gepäckservice und für E-Bikes natürlich auch eine Ladestation. Die neue Radstation ist auch Ausbildungsstätte und sichert so die eigene Qualität auf Dauer. So ist die Radstation fit für die Zukunft und für neue Aufgaben gewappnet. In zentraler Lage direkt am Bahnhof bietet sie optimale Möglichkeiten für den leichten Umstieg zwischen klimafreundlichen Verkehrsmitteln. Überzeugen Sie sich selbst! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020